Kapitel 5 Übung A26 Tage und Monate Hören und wiederholen Sie Die Tage Der Erste Der Zweite Der Dritte Der Vierte Der Fünfte Der Sechste Der Siebte Der Achte Der Neunte Der Zehnte Der Elfte Der Zwölfte Der Dreizehnte Der Vierzehnte Der Fünfzehnte Der Sechzehnte Der Siebzehnte Der Achtzehnte Der Neunzehnte Der Zwanzigste Der Einundzwanzigste Der Zweiundzwanzigste Der Dreiundzwanzigste Der Vierundzwanzigste Der Fünfundzwanzigste Der Sechundzwanzigste Der Sechundzwanzigste Der Siebenundzwanzigste Der Achtundzwanzigste Der Neunundzwanzigste Der Dreißigste Der Einunddreißigste Der Einunddreißigste Die Monate Der Januar Der Februar Der März Der April Der Mai Der Juni Der Juli Der August Der September Der Oktober Der November Der Dezember Der 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 Der